Entschuldigung Das ist ja nicht so, dass wir dauerhaft machen. Das ist ja gut, dass das Essen ausgeteilt wird, weil die ja nur 35 Euro machen müssen. Bevor die hast du dann die Econ? Der F war das, ne? Die kommen aber regelmäßig nach Italien, glaube ich. Der China Airlines stellt auch an, dass sie sie machen können. Die haben ja noch mal einen Fahrtbistall zum Gemalt, ne? Leider, aha. Der F fliegt doch auch nur in Marien. Das ist ja nicht so, dass sie die Econ. 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 Die Econ.